Das ist zwei Leute die selbe Idee an. Ja. Ich nehme mich einfach mal geradeaus durch, ne? Naja, klar. Wie fahre ich denn hier mit dem am besten... Lasten? Den Delft bekomme ich wieder, ok. Ja, habe ich mich darauf geachtet, aber ich glaube, dass ich halt jetzt auch so eben habe. Der Koffee, kein Spiel von vorne bis hinten. Aha. Ich brauche was da zwischentanken. Ich gucke mal die Betonpalette, du kannst ja jetzt schon mal Stahl holen, wenn du eine Akkulie verpasst, ja. Im Stahlwerk? Ja, hinten in der Stadt da wieder. Mit dem gleichen Anhänger? Ne. Ne, das kann ich ja in dem Ding, ne? Ok. Ja, will ich noch voll getanken. Ich fahre mich jetzt da, wo wir erst dann gewesen sind, hoffe ich. Als ich da hinfahre. Aber dieser Fahrt ohne Anhänger und ohne Last, also... Ja. Könnte vielleicht Angegner werden. Oder auch nicht mal gucken, weil ich komme. Das ist jetzt noch alles fein. Ach, bis jetzt? Ja, ja. Jetzt komme ich zu. Ja, ja. Muss ich denn in die Werkstatt oder wo muss ich den Anhänger hinbringen? Einfach bis da an der Werkstatt abstellen. Einfach abstellen. Abhol. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. in den Kino oder rüber, ey. Wie bitte auch. 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 Das Ding zieht es aber auch nicht, also muss ich nur sagen, dass... Also was Realismus anlebt, mein ich damit. Ja. Ja blöd, kann ich das Ding da ran machen. Oh, jetzt. Oh, das ist so schön. Oh, ich bin so schön, ey. Was ist denn jetzt so ein paar Ossobation? Ziemlich aber wirklich durch jeden Rotz durch, ne? Ja. Ich glaube bei der zweiten Tour musst du dann mitkommen. Ja, geht sofort durch. Okay, so, jetzt bin ich wieder voll. Lecker, lecker. Da fahrst du mal zur Stadt. Ja, ich? Ja, ja. Ja, okay. Na, noch ein wieder? Nein. So, dann mal gucken, was die Karte sagt. Ich bin muss gleich. Nachgetankt habe ich. Komm, 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 komm. Ja, und jetzt mit Schmackes. So. Da ist die Karte, okay. Ende im nächsten Monat drüben wir ja erst an, ey. Wo hängst du jetzt schon wieder fest? ins Stadtlager, muss ich, sagst du, ne? Jo. Okay. Na dann. Komm, 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 komm. Boah. Halt, schrumm. Oh, sind wir verrollen, oder? Hup! Hup, ne. Ah. Und. Hup. Das sind scheiß Steine hier, ne? Hm. Na, weiter, 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 weiter. Zieh, 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 zieh. Ich könnte wetten, ich finde am Ende ein bisschen heraus, dass ich da hinten nicht weiterkomme, weil ich irgendwas anderem brauche, oder ich nur einen mitnehmen kann, ich brauche zwei. Ich kann mein Glück. Hallo? Ah. Okay. So. Jesus. Oh, hallo, wieder ein bisschen Stress. Stress. Was ist das? Nämlich nicht Stress. Ah. 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 Ich bin aber auch eine clevere Idee hier oben langs vorne, ey. Komm, zieh, 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 zieh. Das muss ich da verarschen, ey, gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, ne, da hinten ist was. Und wo war die Festia? Ne, dann ist das bis die Antenne. Sieh. Hup. Ähm. Um was geht es denn jetzt eigentlich, genau? Also, ich hole jetzt nicht mal. Drum was du aufrichten oder agieren oder sowas. Na gut. Richtig, bitte auf der Straße. Oh. Noch habe ich keine Probleme. Der Kurs hat einen einfachen Strich. Ich fesse bis jetzt die Straße. Wicht er sich? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, nicht mehr. Ich würde sagen, nicht mehr. Das ist ja eine Stein hier unter mir, ne. Der killt mich noch. Kommt, wir gucken mal, was Jan drüben macht. Ja, du siehst. Das sieht ja wahrscheinlich. Naja. Ne, ich sehe es gerade gar nicht. Moment. Was ist denn da los? Ich sehe dich gar nicht. Ah. Das Videobild fehlt. Ah. Moment, das muss ich mal kurz. Ja los. Keine Ahnung. Ich muss das mal kurz fixen. Ja, komm jetzt. Ah. Da hängt der jetzt schon wieder. Irgendwie hängt der da. Aus der Hilfe. Ich versuche mir gerade frei zu bringen. Du wirst es schon tragen. Ja, ja. Da. No. Ok. Stahlträger. Oh, mein ordentlicher. So, wo muss ich jetzt mit den Dingern hin? Ah. Zeig's mir. zeigte hat gesagt mir nicht wo er muss ja ein bisschen auftrag aus welcher ist denn das das notwendigste der feine strom was die ob ich es war der gefallene strom umleitungen gefallene strom hast okay da muss ich bin neben dem musik gefallen das muss ich zum strom was naja du musst du zu alles klar ich komme gerade so nicht weiter so aber dann mal etwas ja letztes mal wieder rückwärts bei einem anderen weg jetzt läuft man ein stück rüber da so das heißt eigentlich dieses ks v da unten bei dir steht auch was anderes dann als bei mir ich denke noch mal 50 spieler zurück zum berghof zu wollen 50 wieder verloren aber ein 60 Sieht gut aus, noch bewegter sich. Daro. Wäre noch gelacht. Ein bisschen wühlen und dann geht das. Das ist meine persönliche Itemnummer. Das ist eine persönliche Itemnummer. Ja, aber du brauchst keine. Das ist die. Keine Ahnung, es ist die. ich bin nur irgendein gelder hier mit dem träger um wir haben das hat gar kein träger aber egal wird sagen glückwunsch was ist denn hier los ich glaube gar nicht irgendwie will er bei mir nicht gefallen hat strommast wir kriegen neustart wieso neustart ich bin jetzt hier beim strommast und brachverwaltung c nochmal bitte c brachverwaltung ich bin jetzt noch nicht aber nee der lkw mach jetzt hier nicht diesen ja mehr als x gedrückt halten kann ich nicht irgendwie will er nicht ich guck mich dich mal an kann es sein dass es falsch ist hier oder muss ich dahin wo dieser gelbe hier ich guck mich nicht mal an ja ich weiß jetzt fahr ich gerade aus das ist ja gleich so so und jetzt tut sich nicht aufgabe anzeigen kurz nur nicht gedrückt halten ja ne da ist er doch warte mal mach nochmal mach nochmal und jetzt hast du da frachtverwaltung einfach ganz kurz ruf drücken ja so okay was jetzt nein nochmal zurück dann noch einmal gedrückt halten du hast da da unten steht auch nächste aktion ja halten das mach ich doch ja dann das passiert aber nix doch dann steht dann statt aufgabeanzeigen frachtverwaltung so geht das ah ja okay ja gut habe ich gerade nicht gesehen dass sich das ändert okay tschuldigung nene frisse naja so nur liefere gefallenen strommasten das kannst du äh betonblöcke genau betonblöcke wo krieg die her auch wieder da ne nö da gab man warum ich hier oben rum joke ach so na gut dann gucken wir mal wo du steckst äh da steckst du ich soll zu dir kommen ja wenn ich schlecht na gut na dann mach ich mir mal auf weg ich mach doch die straße richtig schön cremig hier aber du bewegst dich immerhin so ein bisschen ich wollte gerade wenden erstmal das ist ja auch feuer frei hier die genauso das haben wir ein paar meter schaffen das haben wir die den Ziffern gerade aus anstatt schilddecke muss mir erstmal hier wieder so ein bisschen rein ja ja ich könnte mal über die Wiese mal drei kreuz wenn die Dinger nicht allrad bekommen mhm ah hier geht es wieder zur Garage oh dann wollen wir mal gucken so ding 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 kurz feststecken frei wühlen mal kurz verstecken aha ich bin auf dem Weg ich fahr auch ganz oft im Lastgang einfach nur um die Erde nicht zu sehr aufzuwühlen das ist ja verrückt irgendwie ist das du nicht machst ich bin halt brachial ja du musst dann für zweite mal kaputt sag mal ja ich hab noch gar nicht gemacht weißt du aber er fängt schon wieder rum zu meckern ich hab analysiert von gestern nein doch doch er klingt mir nicht doch ich hab ja gerade gesagt ich muss mal Nassgang schalten wenn du anfängst was zu stecken dann mach ich doch also wenn du merkst da kommt eine Schlammhütze so zu sagen na gut ich stehe da unten ich stehe da unten ich stehe da unten ich stehe da unten sooo C Ziegel gut aber ich ich bin auch mal zwei ne zwei Ziegel brauchen oder äh ja zwei ok wollt den Hänger hier gleich mitnehmen ähm keine Ahnung oder noch kurz ähm was ist da schon mal Gern naja ähm oh ich bin auf dem Rückweg dann brauchst du nicht mehr aufkommen theoretisch dann kannst du nicht mehr aufkommen wenn du keine Hilfe drauf hast hmm ja 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 dreck mal rückt über den Berg das hat ja auch ganz wunderbar funktioniert mit Der König der Welt. Aha. So. Ich bin oben auf den Berg, jetzt bin ich hinter. Heya. Na ja, ich bin auch bewegt. Ich versuche es auch zumindest. Der vorne war unter der Berg, wo ich festgesteckt hatte. Der ist sehr weg, jetzt bin ich ordentlich schwung hier in die Kurve. Oh Gott, scheiße. Einmal noch wieder E5. Vielleicht kann ich noch weiter ziehen. Oh, es liegt so, da hat es regnet. Er riecht an dir, nicht an mir. Aha. Ah! 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 Ich hätte vielleicht aufs Grün fahren sollen, ich Idiot, naja. Ach Mensch, wenn ich da im Mod wäre. Nö, nö, das nicht. Alles gut, ich komme ja voran. Ich suche mich immer durch. Nur drehen wird jetzt ein bisschen schwierig. Sollte einfach rückwärts raus. Ja. Dann will man versuchen. Na. Na. Das Ding, da ran. Oh, das ist wirklich kurz möglich. Ist doch fett gewesen. Alles gut. Ja. Warte mal. Wie, warte mal, kannst du mich knicken? Ich roll gerade. Ey, fick dich! Nein, ich wollte dich ranziehen, Mensch. Warum? Ja, jetzt bin ich dran. Aha. Man wollte sich jetzt bei mir ranziehen, ey. Jetzt, wo ich endlich mal ein bisschen Bewegung habe, weißt du. was ist das? 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 Du musst direkt einschlagen, ne? Sonst kommst du nicht von da hinten. Ja, warte kurz. Kurz, 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 kurz. Äh, ja. Ne, ne, ich bin zu weit. Komm. Ich komm auch nicht gerade aus. Boah. Halt immer auf den Lastengang, anstatt auf dem Dings. Ja. Heiter gerade schon gesagt, nicht bis nicht mal fünf Minuten her. Ja, aber das bringt mir nichts, sehe ich meistens, aber naja, so. so, ok, aaaaaaaaaa ACH KACKE! warte wieder rein naja hier sind überall Steine Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht nee ich muss weiter zurück nee, warte, warte ah Mist, das klappt halt nicht nee, das klappt halt nicht machen wir etwas anders jetzt nee, warte, komm, wir fährt jetzt her ja, jetzt will ich einschlagen so und rückwärts fahren ja warte kurz warte kurz jetzt müssen wir erstmal hier raus hin stücke gerade nur ein stück weiter nach hinten gekommen damit ich dich halt seitlich nehmen kann ja, seitlich ins Ohr so wieso ist mein LKW vorne so kaputt? wieso ist mein LKW vorne so kaputt? wieso ist denn denn, weil du überlegen geohle bist? nee, gar nicht wahr kommst du? äh, ja äh, äh ich bin hier gerade vorne mit dem LKW ich bin hier gerade vorne mit dem LKW der hat mich ein bisschen mehr Gewicht als der Hänger so da fahr ich rückwärts raus der läuft okay und schmeiß ich mal den Hänger hin bei dem brauchen wir ja gerade nicht und so haben wir noch in der Halle stehen und zwei Punkte naja oh, Hänger ist ab dann mach den Bouncy wir in der Ford, ähm, Anhänger abkugeln ja, das ist doch das schönste und wie sieht man halt durch zu dem, äh, Strommasken Water over road bist du in der Garage, oder? ne, ich fahr gerade durch zum Strommasken hat der Ziegel im Griff ja, was muss ich hier erstmal ich hab kurz warten bis ich bin, ging's da durch, aber trotzdem kannst du halt zur Farm fahren und dann noch ein Stück weiter dann hast du auf der linken Seite ein paar Hütten und da ist auch noch irgendwas genau im Wartikus warte mal, wo ist der... Essenslieferung? meinst du? ach so, das ist die ja, ne, das nicht die wollen wir eigentlich, oder? ne, 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 der andere die kommt ja mal hinterher, man weiß ja nie geh mal runter mit der Karte hinter den Fichten ist aber wissen wir, was das ist? äh, ja so hinter den Fichten ja hm, keine Ahnung fahr mal hin da wenn ich mich nicht gehen ja festfahre hab so die Sprache, hab so ein Gefühl der Feldwick ist auch nicht mehr so, der lump ist etwa ähm ne wie ... soo Vollbremsung Scheiße ja, ja, was wir müssen glaub ich doch nochmal da hoch nja darauf geden Lan ich habe sie geholt und nicht betonen blöcke also soll ich hier bleiben da wollte ich schon mal loskommen ich glaube ich kann noch mal kurz sehen nach ich habe noch 150 die dinge ist auch gerade ordentlich vorwachsen bekommen alles alles ist ja ich selbst nicht so als zweiter für lange gebraucht hätte oder so genau allerdings nur noch nicht zwischen tanken und ich muss ja eh die geräumte rutschig ist aber auch sehr an den nimmungen der tankanhänger ist jetzt leer ja ich bin so ich habe auftanken verkehrt gemacht ja das ist doof wenn die pumpe sind dicken roten feil und sich hatten den trotzdem verkehrt um anschließend da war noch mal die federung ja ist gar kein problem die werkstatt ist ja davon aufgeteilt dann wollen wir mal wieder hoch genau ich gucke mich hinterher wie sagt es immer kurz in der stadt Na ja. Okay, das war ne dumme Idee. Na ja. Ja, wieso? Achso. Alles gut? Ja, ich bin näher. Wunderschön, Junge. Ja. Das ist auf Wasser, Mann. Na ja, er bewegt sich. Ach, jetzt hängt er mir auch noch mitten im Weg. Na ja, also ich bewege mich noch. Irgendwie. Na mal. Ja, aber wirklich schon ein Millimeter lang. Na ja. Hoi, moin. Jo, jo. Dann strengst du auch mit den Reifen bis zur Kümmer im Dreck, ne? Ja, aber du hast ja auch Dreiachse, wie gestern. Ja, ja. Bei mir drehen sich aber auch nur zwei Achsen, falls du es siehst. Die eine Achse... Die dritte kannst du ja noch zuschalten, oder nicht? Die kann den runter machen, aber der hat keinen Antrieb. Na ja. Auch zu voll, jetzt hier. Ich hab keine Ahnung, wie du da permanent geradeaus kommst. Wie du das schaffst. Total. Ja. Keine Ahnung. Also, ich hab scheinbar... Okay, jetzt ist es vorbei damit. Ich hatte bis innen scheinbar noch guten Grip. Ja. Nee, nee, nee. Hehehe. Oh Mann. Ja, war's ja groß. Ich lass mich wenigstens noch ein paar Meter vorräumen. So. Ich dachte, es wäre jetzt mal irgendwie eine gute Idee, jetzt hier übers Grün zu fahren. Aber das war wahrscheinlich auch eine beschissene Idee. Wahrscheinlich mal irgendeine bessere Idee. Einfach mal mitten durch die Pampa durch hier. Ja, dachte ich mir auch, aber... Er bewegt sich noch. Er bewegt sich noch. Manchmal stört die dritte Achse tatsächlich mehr als sie eigentlich benutzen ist. Wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich nur Alva trage. Wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich nur Alva trage. Und ich fühl mich immer weiter und die Leute und die Leute mit. Ey, der hat mich sonst noch Bescheid, ne? Hm. Hm. Naja. Ich muss jetzt irgendwie mal gucken. Hier ist irgendwie Plagtraum. Weil du schönst da jetzt auch festzustecken. Oh, ein bisschen. Oh, beweg mich. Ich könnte einfach mal was anderes machen. Ich könnte ja auch mal... Ne, das ist übrigens meine dritte Achse. Aha! Geil, ne? Guck mal, trifft mir null. Angeber. Geil, ne? Ja. Ja, ein Stückchen weiter. Ja, ein Stückchen weiter. Ja. Ja. 50, meine ja. Und dann halt auch. Dieses Minimale, ne? Oh, Gott. Du musst halt Geduld haben in dem Spiel. Ja. Du musst halt Geduld haben in dem Spiel. Oh, was hast du sonst gemacht heute? Äh, ich hab doch gesagt, ich war unterwegs. Ja, schön, dass ich nochmal nachfahre und so. Weil... Achso. Ey, ich war bei ITEA. Ich hab mir, äh, paar Weihnachtsdekorationen gekauft. Und ich brauchte Untersätze für meine Kerzen. Ja, ich hab ja, ich hab ja einen Adventskalender dieses Jahr wieder. Von Kneipp. Von der Kneipp, hm? Ne, von Kneipp. Ja, von der Kneipp, eh nur. Ja, ja, genau. Kneipp ist quasi kleine Kneipp. Naja, wenn du schon badet nicht gerne an der Theke. Ja. Ja, es gibt schöne Sachen drüber, hätt ich gedacht. Oh. Ja, ich hab's mir mal hier oben auf den Harten weg. Oh, ich... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... so brauchst du schon meine schläserin fahren ich glaube in diesem spiel sollte man nicht sagen die sagen wir wollen es geht ja aber das ist ja relativ ich war schön weit links ich fahre schön weit rechts auch schön in der mittelspur alles durch mal weiter Sieht gut aus, oder? Ja. Wie siehst die sich hier hochquälen, ey. Gefährlich nach dem Abpacken. Ah, scheiße, ich hängt fest am Stein. Ah! Nee, doch nicht. Na los! Na los, du Luder! So, ich fang mal wieder hier an die Bande ran. Da hab ich gute Erfahrungen gemacht. Da hab ich einfach hochziehen. Ja, das ist dieses Trucker abschleppen, wovon wir alle reden. Ey Baby, klopf, klopf. Ich, wer ist da? Der war mein Motor. Ich hab grad den Gang verloren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warum machst du auf einmal so ne Pse drauf? Ich hab auf A schalten. oh, 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 oh. Ja, ich vermiss diesen D Gang hier. und die abgefahren ein ständlich negativ im wasser nein doch nein wie bist du jetzt zu fahren bis jetzt durchs wasser gefahren oder es war nämlich jetzt eine beschissene idee im wasser ja weil es mal ein anderer weg waren wir muss man ja auch mal ausprobieren der kuba rechts rum rechts rum hier hinten ist ein kw für dich für mich ja doch da ist ein lkw hinten bin ich vielleicht im oberen muss ich irgendwie mal zurücksetzen es ist gerade das angenehmste klima hier ich dachte ich komme durch die bäume durch und nicht durch den ich für solche platz hinkommen oder vorwärts wie du möchtest ich glaube vorwärts ist ja also da wird den lasten dann was also soll ich zurücksetzen oder mit der schnauze zu dir kommen nehmen wir kommen mit der schnauze ja auch mit der schnauze ich komme mit der schnauze hua nä ok ich habe es gleich ich habe es gleich mal eben will ich ins wasser lehne kommen an ach so lehne sowieso mehr dort ist selbst zu wasser weil ich hier habe ist das schmerzen ist das nicht scheiße er hat er hat in der Regel getrunken wird das ja ich muss sie erst Oh nö, das wird schon, denke ich. Ich denke, das wird schon. Dann nehmen wir uns mal weiter. So. Okay. Bin auf dem Weg. Ja, ja. Und wenn mich nicht hier so ein scheiß Ast. Es ist ein Ast, der auf dem Boden ist. Er will mich. Das sieht aus, ja. So. Komm mal ran hoch Meter, Klaus. Ja, ja. Ne, ne, ich mein den hier. Wo bist du denn? Im LKW. Guck mal, hat man den vorliegen. Ja. Ja. So, ich jetzt zu. Moment mal, wo ist denn die Mission? Ja, du musst mir jetzt, keine Ahnung. Was? Warten? Ne, ich starte. Ja, du musst mir sagen, wenn ich zu dir kommen soll, keine Ahnung. Moment mal. Was ist das denn hier? Also, hey, es gibt ein Problem auf der Farbe. Einige Trucks sind im typen Schlammstecken mit dem. Wir brauchen eine starke Maschine, die sie rausholen. Ja. 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 Wie bei mir aussieht. Na ja, wie das bei mir aussieht, wie du da am Schlamm hängst. Ja, das ist alles easy hier. Das, ähm. Ne, nicht mehr. Ey, ich müsstest du hier hinten sein, ne? Komm stream, ich zeig euch das mal. Das ist, äh. Bestimmt. Eigentlich sieht es bei mir verstörender aus. Wir da einfach so. Ich bin ein alter Diesel. Du komm her, du fette Tsi. Bewege dich doch mal einen Meter. Na, ich, ich stehe erstmal hier. Ich bleib erstmal hier stehen, wenn du hier so groß hast. Ja, ja. Ja, er bewegt sich. Aha. Ah. Dann. 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 Guy. Ja, dann setzen wir mal ein bisschen zurück naja, wolle, Vermont. um ein süßer Kummer ranjubben Das ist jetzt Klappssucht. Naja. Mach mal Licht an, dass du weißt, wie ich bin. Danke. Nee, doch nicht. Ja, doch. Was ist mit dem Arsch? Das Ding. Na? Na, bitte. Lange hier Opa-t-Fuck-Una mitkommen, ist ja eigentlich... Das ist so gut. Naja. Und, sieht gut aus? Das sieht gut aus bisher. Ja, ja. Schäffe, Schäffe, ich war kurz im Wasser angehen. Hab ein LKB gefunden. Verdammt, wie sollst du meine Schuhe holen? Schäffe, Schäffe, die sind weggeschwungen. Obwohl, das ist ja blöd, wenn du den an der Winde hast, dann kann ich dich ja gar nicht ziehen, oder? Nee, du kannst nicht zwei Winden auf einmal. Ich muss den dann kurz loslassen. Naja. Und wir gucken, dass wir immer den gleichen Abstand haben, dass du ihn auch noch ziehen kannst. Das ist der so genannte Blechfisch. Aha. Es ist ziemlich zäh. Ja, so im metallischen Geschmack. Weil wir dann wieder auskommen. Oh, schön, wie du das rumrutscht. Ja, sollten wir uns machen. Rutscht halt gerne. Rutscht halt gerne. Ja. Ja. Das ist ja unser Kriminell. Oh, ein großer Rannhofmeter. das sind tiefsten ecken dessen ein bisschen brauchst du noch ja ja ich hab noch ein bisschen so wo wir jetzt hier noch irgendwo wo ich mich ranhängen kann hier hier da ist auch was Hützelein, komm mal ranhüllen. Ah, paar Zentimeter. Ja, ja, ich muss den Alpen erstmal ranhüllen hier. Ja, ja. Und ich zieh mich an mich ran. Ja. Ja. Jetzt aber komm heran, die offene Tage. Nee, irgendwie krieg ich den noch nicht zu fassen. Komisch. Jetzt zieh ich auch an den anderen LKW-Fanien. Achso. 135 Liter noch, ich sehe, du 157. Ja. Lalalala, ich komm mal ranhüllen. Ich geh jetzt mal ein bisschen zurück, warte mal. Ja, ja. Ah, 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 ah. Also. Ich denke, das hätte auch ein paar Würfel. Ja, gut, wer hätte denken können, dass ich hier verstecke. Ich denke, das wäre doch alles gut. Okay. Wer doch gelacht. Oh, hoppla. Ähm. Diese scheiß finden immer. So. Okay, warte. Ähm. So. Mach an. Uh. ich kann noch ein stückchen wir müssen noch mal den winde anbringen mit anbremst wende guck mal gerade ob das noch fast kriegst du mich noch erreicht so weit ja definitiv moment das ist mal ja ich habe ja einen scheißel sagte bei er Moment, muss ich mal kurz das Ding nach vorne rausziehen hier. Ja, ja, und ich setze wieder zurück. Guck mal, da kommt der, der Monster raus. Oh, drei Stunden nur. Alle? Ja. So, komm mal ran hier auf einen Meter. Ja, ich bin so weit, denk dran, du wirst schon mal noch ein Stück nach vorne, ne? Naja. Ey, ich muss das Glück gleich in Eckerl übernehmen hier vorne, damit du ihn noch kurz bergen kannst. Ja. Ich glaube, die kannst du schon ganz gut fahren. Ah, ja. Den würde ich dann zur Werkstatt bringen, ne? Ja, nur einfach ins Bergen. Ach, Bergen. Ja, gut. Ah, das stecke ich selber fest. Okay. Oh, Moment. Ich bin da kurz rüber. Das ist ja nur easy hier. Wir haben jetzt noch ganz andere Sachen durchgebracht. Ja, ja. Ich komme mir mit Winter ins Kornwerf, mit dem Ding. Ja. 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 Ja, das ist gut, wenn der Schiff nicht warten müsste. Ja. So, Appel liefert, kannst du haben. Hä? Appel liefert, kannst du haben. Truckwechsel. Uh. Aber das scheint nicht schlecht zu sein, dass ich gerade mehr Grip gehabt habe, als Ecker. wie kann ich jetzt den track wechseln wenn ich gehe ins menü wechseln drücke sagt jetzt irgendwie ja nicht ich habe keine ahnung wie das hier geht irgendwie wird mir nichts angezeigt schließen du musst auf drücken das ist ein button über das pack wechseln ach der hat gar kein benzin jetzt lehrt jürgen im tanker zu kommen aber das ist doch egal eigentlich wenn du jetzt tanke ich ja ich habe ihn jetzt getankt ist ja wurscht so hat er nur 40 liter bekommen alles gut erst mal schauen wenn ich irgendwie hier im menü auf der karte also noch mal track wechseln wir müssen ihn da hinten hinbringen wir müssen den zu fahren bringen ja schön vielleicht vielleicht kann man den nur abschleppen vielleicht fährt er gar nicht mehr weißt du ja das gefühl habe ich auch da ich kann auf die nicht wechseln ja dann nehmen wir den auch verrückt damit dann höre ich mal schnell ziegel und dann bleib mal hier lass mal kurz motor aus weil du hast nicht mehr so viel spät ich kann ja noch mal nach und wieder zurück tanken gucken wir mal habe ich mir eine frohsche gerade im brudel habe ich den restlichen 40 liter von dem tank auch noch rausgeholt von ihm na egal na gut dann da hat ich meinen mutter auch mal wieder ähm ja bist du das ja das sieht ja aus wie bei mir irgendwie mit dem aufpocken gestern ist das so und aber du willst es ja nicht anders da ist ja auch noch vorbei ne Spaß mit dem Block. Wer, ich? Ja. Ich denke, wir sollen den LKW abschleppen. Ja, dann stepp den ab. Ich kuhle jetzt die Betonglöcke. Ich wüsste, wie scheiße das ist. Erst sagt der irgendwie rummel LKW und jetzt soll ich mich drum kümmern. Also, das gibt ja wohl gar nicht. Dann kümmere dich jetzt einfach mal drum. Ich kuhle die Betonglöcke von den scheiß Strommasten immer noch. Deswegen, wie wir eigentlich lang gefahren sind. Ob das ein LKW ist denn? Da hab ich gedacht, vielleicht kannst du den ja nehmen. Da hast du wenigstens auch was zu tun. Das ist schwer, ich erzähle nicht, ne? Dann hätte ich den eben an die Winde nehmen können. Ja, nimm ihn doch an die Winde. Ja, gut. Wo habt ihr ihn? Mach mal endlich. Mach mal endlich. Mach mal. Was ist das? das spiegel mal Schaut mal ob ich beim Lager jetzt was bekomme. Soooo Einmal Betonblöcke mit. Ne das nicht nochmal. Ne Stahlträger auch nicht. Betonblöcke. Im offenen Weg. Mal wieder. Naja, fantastisch. Schaffst du das alleine oder brauchst du mich da? Ja mal gucken ne, würde ich mal sagen. Mal schnucki. Ja ich sag dir bescheid wann du dich spätestens entscheiden musst ne. Jaja, ich hole ihn jetzt raus. Ok, jetzt muss ich entscheiden. Er kann ja total clever sein ne. Ja könntest du. Ich bringe mal ne Fracht jetzt ne, cool den Tankanhänger und dann haben wir da auch gespründet in den Scheißbock da drinnen. Können wir den Motor wenigstens laufen lassen da von dem. Da arbeitet der auch für uns. Ich bin aber heute wieder clever ey. Mwahaha. Könntest du jetzt gerne auslachen? Ja doch ein bisschen schon. Naja ok. Du kennst mich so gut. Hier bin ich. Whoa. Oh, ist ja der Nächster hier. Soll ich mal welche Friemann? Der ist wunderbar. Ich bin der Nuss, die wir da sind. Ne, das ist gut. Langsam und beständig. Mö, du musst nur sein, finde. Den Truck von uns möcht ich ohne sauber machen, ey. Warte, machst du da auch wieder so eine Reihrandaktion? Na, da geht alle schon. Dann fahre ich halt vorwärts, mache ich das, oh mein Gott. Ich sagst du mal ein bisschen die Fremde da mit dem LKW. Na, ist okay, ist okay. Geh los. Komm damit, du klar. Okay, ich glaube, das ist zwei. Den Baum habe ich gerade angebrochen. Nein! Angebrochen, nicht abgebrochen, nur angebrochen. Da steht auf dem Ohr noch ein bisschen schief. So. Ich muss mal jetzt den Dreck da nicht loswerden, ey. Unterbodenwäsche. Der. 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 Wie verfahren wir eigentlich mit Leuten, die bei uns in den Stream kommen und fragen, ob die mitmachen würden? Wer fragt denn? Ja, hier fragt dann jemand. Du bist so. Naja, eigentlich machen wir das ja immer zu zweit. Ja. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, brimmst du noch mal ab? Oberkurses Freie, ne? Naja. Aufgabe beendet. Hey, cool. Komm jetzt erst mal an. Jetzt ja eben. So, okay. Auto habe ich. Jetzt geht es nur noch darum, hier selber heraus zu kommen aus dem Matsch. Aber das schaffe ich. Das schaffe ich. Ja, mein ich doch beruf. Das hat jetzt immer nur dieses ewige Zurücksetzen und warten, weißt du? Und sprang ziehen. Das ist halt so ein Top-and-Go halt, ne? Ja. Es ist nicht so. Wenn ich den hinten dran habe auf L, ne? Am besten, oder? Oder auf A? Hm. Ja, es ist ja auch, je nachdem du hier schnell fahren kannst, ne? Ja. Kann sagen wir mal X drücken. Der Motor wird da hinten startet, wenn du ziehst. Leerer Klang. Ja. Wo ist er bitte? Ich ziehe! Na komm mal ran, hier Schnupi. Oh. Kannst du noch tanken von mir? Der wird auch ein paar neue Stilettos. Uuuh. Näm. Der fällt mir. Erstmal volltank. Ja. Ja. So. Wenn ich jetzt da oben lang fahre, muss ich da aufzüben kommen, oder? Na 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 na. Ich wäre schon scheiß sümpfter durch. Versuch mal eine Nordpassage zu finden, um zu dir zu kommen. er kennt ja ja ich hab kein bock da werde schütten lassen becken zu kugeln ja komm zu der die ihr könnt der weg sein der hier raus kommt Ach du. Könnte interessant werden. Aha. Ja. Ja, sagt er. Ja. Ja. Na komm mal ins Reiner. Gut ja, aber das geht nicht. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was Jan da eigentlich gerade fabriziert. Der Feststeckung. Ja. Passt doch. Passt doch. Ja. Die auch oder was? Nö. Kann man hier noch. Er wollte sich ja einen Weg suchen, damit er nicht versteckt. Ja. Beigefunden. Ah ja. Interessant. ... ... ... ... ... es jetzt wird sich lächerlich das ist schon trolle gewesen die kommen die straßenkarte ich hätte gerade gefragt warum fährst du mit dem gift-truck umher den kleinen der kleinen allrad hat vielleicht kannst du das besser beantworten ja weil wir keine anderen haben und der allrad noch nicht freigeschalten ist also zumindest bei meinen kann ich auch noch kein allrad gucken du kannst aber gucken bei den anderen welchen du so aus dem machen so mehr spaß eben allrad kann jeder aber erster wir außer uns haben wir einen bomb abgerissen da ist der nächste bomb gefallen jetzt ist doch mal aber gut hier es ist wirklich bloß nicht mal ein meter hoher absatz ich komme da nicht hoch jetzt sind wir jetzt schon mobbing ja wir haben schon die werkstatt freigestaltet sonst könnten wir gar nicht im koop spielen ja bei der städten lkw wo man halt ein vierer einrad einbauen kann aber ich glaube da brauchst du tatsächlich ein bestimmtes level für so steilträger und betonblöcke mal wieder ja okay abnächst so glaube ich auch ein rad und wie durch zukunft Na gut, das muss ich jetzt natürlich ein bisschen. Ich muss ja doch wieder durch die Suche durch. Ach, das wird schon, Jan. Ja, ja. Ach hoch. Ja, klar. Wir sind Profis. Hat man uns gesagt. Was ist denn die Lüge her? Keine Ahnung. Sagt unsere Werbung. Welche Werbung? Puh. Also, kann ich noch kein Stück Papier am Baum hängen sehen? Nee, da hängen auch nur die Vermisstenanzeigen. Ja, okay. Was ist denn noch die Milchtüten? Kleine lustige Milchtüten mit Gesicht. Ah, stimmt. Ja. Jetzt muss ich was. Ja. Nein. Also, man merkt wirklich gar nicht, wie in dem Spiel die Zeit vergeht. Wir haben es schon wieder halb sieben. Ja, aber man sich auch voll konzentriert irgendwie. Ich versuchte irgendwie weiter zu kommen. Nein, für den Truck braucht man keinen LV-Level. Keine Ahnung. Ihr müsst nur das Upgrade, das von der Werkstatt steht, annehmen. Dann müsst ihr ihn in den Truck einbauen und fertig. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Ich hab gestern das zum nächsten Mal gespielt. Ich hab gestern das zum nächsten Mal gespielt. Wir hatten ja auch gestern dafür, wenn wir davon abgesehen. Ja. Und wie gesagt, das läuft ja. Das läuft. Und wenn es ganz langsam läuft, dann ist es halt langsam. Au, au, au. 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 Bei, äh. Ist Advent. So waren die auch ein bisschen runterkommen. Oh. Haben die gerade alle Achsen gebrochen, aber ja. Ein bisschen der Fleetstar sein. Ähm. Also, Toss, ähm. Keine Ahnung. Wir machen das ja auch nicht professionell. Das machen wir einfach hier ein bisschen, um Spaß zu haben. Ja, zieh! Das läuft. Ihr seht ja, es läuft. Wenn es dann halt langsamer läuft, dann ist es halt so. Zieh, Junge, zieh! Aber, das hört sich bei dem Mann, ey. Ähm. Das ist jetzt 100 PS, aber kommt nicht aus Drift, ähm. Oh Gott, du Gott. Oh. Na ja. Mhm. Oh, erstmal ein Lastgang. Oh, öh, 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 öh. Andere Reifen wäre nicht schlecht, ja. Und, bist du schon bei der Garage, oder? Nee, nee, noch nicht, aber... Ach, da oben bist du. Nee, nicht. Ach, guck. Alter, was ist denn mit meinem Lkw jetzt los? Jetzt hängt der hier hoch, oder was? Komm, mein Lkw, guck mal, guck mal, guck mal. Mhm. Na, jetzt. Oh Gott, stimmt, hier ist noch einmal das Wasser-Ding. Oh, nee. Ja, deswegen komm ich ja grad zu dir. Ach so. Oh. Oh Gott, stimmt, hier ist noch einmal das Wasser-Ding. Es macht Laune... Weißt du nicht immer sehr schön, äh, Toss? Ich, äh, band dich gleich weg. Er hat nämlich grade geschrieben, es macht Laune, deinem Kollegen zuzuhören. Ja, dann geh doch zum Netto! Hä? Das ist ja wie, als wenn man eine Fremdwerbung macht, du Arakale, da. Was soll denn das? Ja, und vor allem, ich mach ja nicht mal was, ne? Ja, eben. Aber wahrscheinlich ist der Chaos noch irgendwie, oder wie der auch immer heißt, der ist wahrscheinlich auch so ein Verstattler-Berliner, wa? Aber ich find das gut, was der so sagt. Oder schreibt. Ja, von nix ne Ahne. So. Ja, doch. Scheinbar schon. Na? Ja, ja. Ja. Hö! Gerade wollte ich, gerade wollte ich sagen, ich bewege mich, aber ich bewege mich nicht. Oh, das sieht sehr gut aus, was du da machst. Ja. Ja. Sehr schön. Weiter, bitte. Ja. Oh, oh! Ja. Aber er ist verzweifelt, das liegt aber daran, dass ich mir einfach keinen Stress mache. Oh, kein Stress. Na, du hörst dich verzweifelt an, laut meinem Chat. Hä? Was ich verstehen kann. Was ich verstehen kann. Hehehehe. Hehehe. Ne, gut. Dann hör ich mich halt so an, aber du siehst so aus. Wow. Na... Hehehehe. Ja, was willst du machen? Bei dem kind? Ja, nix einfach. Ich wüsste auch im Manaus mein LKB nicht versuch ich. Und so jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, dass du mich da jetzt. Na ja. das habe ich mich damit nicht vorbeischieben damit dem ok da hinter dem müssen spritt geben kann na dann macht mir spaß da kannst du den motor starten und dann schiebt er dich ein bisschen ja ich habe aber auch nur noch 52 liter er dann lassen wir mal ganz gut das eigentlich vor genau danke achtung scharf kurz ja kein problem ja wirst du schon so fett machen oder wird das hast du denn ja was denn jetzt der witz ist gerade nicht so wie ich kann jetzt auch nicht weil ich habe ein trakt direkt hinter mir unsere zusammenarbeit gerade ist so ne ich muss benzin schweiß ich komme hier nicht mehr raus wieso hast du den anhänger nicht mitgebracht in den tagen reich voll wenn das oben bin mein trock ist bloß leer kommst du dann nicht mehr weg so warte mal hoffe es reicht euch scheuert dass man die winde nur anbringen kann wenn der motor an ist was ist jetzt da hinten der ecke im wort büsten du jetzt muss ich gerade mal klicken du hast mich gerade aufgetankt ja den bin ich aufgetankt ich will hier kurz mal aus dem loch raus vor dir jetzt muss ich mich mal ganz kurz bei dir herkommend ziehen weißt du naja mach mal du kannst dich auch an den hinter den ranhängen ne dann fährt er ja so warte warte ja 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 ne guck mal weitergucken verrückt hört ganz ganz nimm die mütter naja ich muss ja irgendwie mal erst mal geradeaus also ganz langsam bewege mich das reicht doch hab nie ein besseres team gesehen ich sehe mich schon wieder gleich am mast hängen am ilan mast die sind aber heute auch wieder unter der schublade da gehört er auch nein ich stecke nicht fest wenn man die reifen sieht sieht man dass sie sich bewegt wenn sie sich auf der stelle zu kriegen heißt der text ist ja ist das mein problem ist ich darf jetzt erst mal wenden ja dann mach ich hab noch eine halbe stunde weil ich doch bekomme ich jetzt irgendwo schon ja bestimmt so jetzt mal gucken und das ist natürlich jetzt weil das schluss ich jetzt hier vorne gegen kacke ja dann machen wir so ich will ihn doch mitnehmen ja ich bin doch zwischen euch ja damit wir uns einander ich will doch aber auch gezogen werden nein geh weg da na na hör auf da weg da weg da weg da weg da weg da weg da du schiebst mich nach vorne weg da 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 weg du weißt schon dass das gerade sehr scheiße ist ne ja wirklich Mensch Sherlock wie kommst du jetzt nach oben ja das hab ich mal gehört wo bei warte wo carnivory es ist man aus haben nicht инг es ist viel EU-West jetzt hat er mir meinen Ankerpunkt weggenommen, die Sau da wo du gerade dran hängst da kannst du da danke hey, nicht an mich doch das ist aber auch eine Gratke jetzt schaffst du aber auch alleine, sagst du ja so, bringen wir da erstmal das Zeug von Teamwork, erstmal voll schnauzen ja klar ich habe ein Problem ja nicht jetzt, bremst du? ja, ja ach so oh, bewegt mich na kommst du jetzt endlich mal, oder? komm, meine Furche ich freue noch ach, wäre das schön, wenn die dritte Achse sich aufdrehen würde was für ein Ding? die dritte Achse das ist das Ding in der Mitte bei mir wird es dann jetzt mal hier? ja ja, eine mit Weile rum, wo du auch nicht an den Tag erbaut rum? nee kannst du ein bisschen schieben was darfst du denn? ja, siehste also ab den Nero kannst du dich bei mir entschuldigen? nee nervst, was machen Sachen? ja, ein bisschen schlammig hier so, darf ich fragen, wie haben wir von vorne aus? besser jetzt? wie sieht's so aus? äh, warte mal ich könnte mal mich waschen, das ist gut, ja mich waschen? was? hä? bist du dumm? du steckst fest, ne? nee, ich roll noch ja, ich roll noch ja, ja, ja genau, Boss aber die Römer arbeiten zusammen ja hm sagt man den östlichen und den römischen Bereich, ne? aha in östlichen und westlichen, so zusammenarbeiten ja, das ist jetzt natürlich hm na, ich überleg jetzt wenn du jetzt da ja vor allem vor rechts haben wir vorbei na ja wir müssen ja darauf achten, dass ich den LKW dann noch mitnehme ach, dass du auch nur einen Ansatzpunkt bei dir hast die ecke müssen na ja du hast einen punkt an den ich mich sozusagen ran klemmen kann und bei dir eben nur ein auswählen und gehen wir müssen aus dem weg zu holen ja ja ich versuche hier besagt zu schieben aber sehr nett von dir muss da vorne muss an den polar rankommen komm wir kuscheln mal ein bisschen ich sehe uns jetzt schon wieder durch die karte fliegen schon wieder wenn wir sind es noch bis zu dem nicht mehr weit okay ich hoffe noch rolle ganz mit zwar die röden sehen und lesen sehen wie die tiefte profil noch ist aber naja ja aha hol dir mal den ecker wieder vielleicht nicht so weit weg fahren jetzt braucht er wieder hilfe der rocke einfach durch meine furcht irgendwann da unten ist wieder fest ja bist du fahren müssen wir noch ich nehme und im volk in massen ein stück weiter das kann man wenigstens zu viel hochwirbeln hier müssen wir jetzt noch bis zu fahren ja 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 also ja 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 klar ach so ich sollte vielleicht mal gas geben ja auch jetzt mutter aus also fisch gut haben wir gerne auch nicht mehr 68 so jetzt müssen wir mal gucken ok die mittlere achse dreht sich übrigens keine ahnung warum aber zumindest den rat und 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 kurz gucken ein bisschen kann ich noch ach maybe dieses diese nervöse finger so Könnt ihr sehr gut aus. Ja, ne. Kann man mal machen, geh? Oh. ob ich den jetzt hier um die um die dings rum bekommen alles teamwork genau oder so oder so ja komm baby baby nicht verhacken nicht verhacken nicht verhacken spiegel ab ja schieb mich an baby schieb mich an die pfeffer mehr ja 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 gibt es mir mal kurz reparieren mit größe reifen wird vielleicht sollte ich meinen lkw auch mal reparieren aber ich habe ihn ja noch hinten dran was mache ich denn da jetzt das koppeln und machen so schnucki du bleibst noch kürzlich stehen aber die garage was heißt denn individualisieren oder wie muss ich ja noch individualisieren und dann bei dem kannst du nicht einmal auf schwierige stellen jetzt muss ich bei dem auch immer bei dir auf die sperre oder ganz fast ganz unten antrieb die schwere erfordert dagegen um ihn zu finden ich will das ding ja nur reparieren du brauchst bloß immer rennen wieder raus aber immer unter allrad nochmal allrad allrad antrieb hinterrad antrieb nur ja jemand wird steht da sonst doch sonst oder kannst du ja bloß nur okay dann nehmen wir ihn zurück von individualisieren aus ja truck shop oder was truck shop oder was da müsste truck lager sein eigentlich ne ist bei mir ausgegraut achso ne drück mal oben lb oh der fleet star hier ist er genau und jetzt individualisieren ja so dann müsstest du da ähm bei rahmen zusatz ganz unten ist eine britsche aufmachen wegen äh sachen transportieren britschenwagen ah gekauft ne nicht wagen sondern britschenaufbau weil global britschenwagen ist fast dasselbe ähm so und dann kannst du da bei hinterrad antrieb äh bei allrad antrieb allrad antrieb gekauft ja ja ok jetzt hast du allrad ja ok also musst du mir jetzt helfen dir mal oder kannst du einfach rauskommen also den äh lkw musst du dann jetzt noch irgendwie ne kannst du dir auch das ganze allrad halt zuschalten ne geiiiiii theoretisch so wo ist denn jetzt die alte kiste bam da rechts wo sind die städte aus ja ja hier da ist nicht ja da ist nicht da ist nicht da ist nicht da ist nicht Ja, das Problem bei mir ist, ne ich bin nicht der Host, deswegen, ich hab den Fliester halt nicht, weil er halt die Jensen Lüger freischaltet, und ich hab halt bloß, ja, die Lüger liegen mit einem Topshop-Klauselhöfe. Oh, super. Obwohl, ne, da kann er ja alleine hier unten fahren, hat der Allradwirtschaft hier alleine. So, jetzt muss ich mal gucken, äh, zu farmen. Ach, das ist ja hier unten gleich. Hey! Achso, das... Ich bin jetzt schon wieder. Nö, nö! Wir haben das schon gemacht. Alles gut. Alles gut, ich glaube. So. Und das schaffe ich in den paar Minuten auch noch. Hüah! Ich bin schon wieder, woher ist noch das, ey. Jesus Christus. Ich will ganz kurz bei dir festhalten, die haben mir vorbeigerolzt. Das hängt hier halt fest. Hier oder was? Ah ja, das hängt hier halt fest. Ja, du musst dafür dein Ding erstmal lösen. Achso. Achso. Danke. Na klar, meinung. Dann bring den mal da unten, ne? Ich mach kurz den Trakstoff gucken, weil der da so übt. Ich find den Aker wie den KW-Hand so scheiße, grad wegen der dritten Achse. Aber naja, die bringt mir nix, wenn die nicht angetrieben wird. Hm. Na ja. Leider. Ich will mal den Tras driften. 12 5 aktiver so talk shop ist ja nicht teuer oder so da art sov az ov soll ganz gut sein bekomme ich den tipp hier gerade rein du liest ja auch so dann fahre ich jetzt mal wieder zum gelände zurück weil mehr schaffen wir heute echt nicht leider habe mich nicht gedacht so werkstatt mein truck ist nicht in nordamerika verfügbar und ich habe tausend varianten die viel davon also vier stück sehe ich hier schon auf anhieb und die brauchen einen bestimmten rang dafür also wird das erstmal nix damit ist noch einer dem könnte man sich sogar holen aber ist ein dlc weil ich hier viel fahrzeuge aber wir fuchsen uns hier rein das ist aber du willst preis sind ja auch extrem also können wir ein chevrolet kaufen wofür was willst du mal mit so komischen muscle cars naja ist eher ein pick-up ach so dachte ich jetzt hier mit so komischen scherber hier rum ja 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 ich wisse also ich wisse dass das fließt da beim mensch wie ich dann rumsteht aber ja eigentlich kein muckbruch und den habe ich ja schon hier und der ist an sich ja auch fähig aber naja fang kurzen fang 13 hm 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 was wird das Steps fertig ist hm Basic As ach san er schläft achso er es ist mal wieder was soll denn das ob du doof bist wieso fuck, wer ist liegen hier ich glaube ich gewinnen kann das sein ja hat das jetzt irgendwie im sinn was wir machen müssen wir nicht auf geld bezahlen dafür ja gerade nicht oder ich weiß nicht die brauchen ich also jetzt gerade glaube ich nicht dass wir bezahlen müssen so, ist gut ist da nichts kaputt hier nee wieso wird die kaputt hier nicht? nö ah ja mhm meine guck mal anlauf naja, also das ist, das geht dabei raus wenn wir an lange bei bleiben ja wir haben ja gerade nichts mehr zu tun oder? naja, nee komm jetzt hochschalten 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 ah ja oh, ich glaube beim motor ist er langsam kaputt wieso? ja, weil so ist kannst du nicht fahren? äh, doch aber eigentlich muss ich gerade auf Toilette wieso? ja, dann gönne ich euch den spaß hier mit Jan ich bin gleich wieder da donk es auf Toilette den spaß zu tun ja, genau würde ich gerade wegen kaputt machen, weil wir ja eh sehr schwer machen hm da steht er nämlich da rum ich glaube ich habe gar nichts mehr jetzt zeigt als normal das ist halt immer wieder bloß anlaufen keine Schnauze, wie die aussieht, ey oh, nochmal mit Schmackes hier, damit er mal sein Bild seht sieht nicht gut aus jo, dreckige Hund ich wünsch dir was, ne? ne erst mal, dass ich einen Scham bekommen habe und zwar einen also ihr seht ja gerade nicht bei, bei Uwe gerade aber ja ich habe wieder Schaden gekriegt oh, für Uwe hat es jetzt gereicht die Scham braucht denn noch Toilette? naja, dann sind ja wenigstens alle glücklich weil Jan wollte gestern ja auch noch ein bisschen redfest spielen das ist jetzt ja aber kein Redfest so sieht es aber aus kannst du überhaupt noch fahren? äh, warte mal ne ich nicht? ne ich kann die Motor niemals starten da steht gar nichts ne er kommt mit Rätisch und kaputt mache ha, Huber funktioniert noch wenn die noch funktioniert Rätisch und kaputt mache Schiebe dich links noch in dem See aber die Werkstatt ja gut ja sehr fantastisch schöne Runde ja, hat Spaß ja mal gucken, vielleicht machen wir morgen weiter morgen haben wir ein bisschen mehr Zeit warum auch immer hm, man weiß es nicht du sagst ja mehr Zeit, verstehe ich nicht ja, das weiß ich auch nicht du musst einfach mal Zeit nehmen für Sachen, die Spaß machen oh ja, stimmt das mach ich ja so gar nicht ja, du hast recht ja, sag ich ja ja ja, 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 ja ja gut, alles klar dann wünsche ich dir viel Spaß dann wünsche ich dir viel Spaß da drüben ähm ja, mal gucken wie das heute wird ich hoffe, dass er dass er ja doch noch stirbt aber naja kann man eigentlich nur so unempathisch sein wieso, vielleicht hängt ja ein Hai in deinem Auto drin ein Hai natürlich in meinem Auto ja hinten im Sarg das ist so der Cliffhanger ja, den Auto das Auto habe ich gestern schon verkauft das habe ich schon weitergegeben naja achso wie das halt so ja, 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 ja ok weil ich wurde angefragt ob, äh von jemandem ob er das haben kann dann habe ich den Lust verkauft hast du ja nicht mehr gesehen weil du nicht mehr da warst Penner ja, weil ich machine nicht habe das ist vollkommen richtig ja ja ich bin krank und ich darf das achso hast du ja ein Schüss gesagt gestern auch nicht, ne? doch habe ich hast du nicht doch im Teamspeak was willst du jetzt eigentlich von mir? ist das jetzt hier gerade Shaming oder war das hier Phase? ja ja Krankenshaming ja alles klar gut dann wenn du Lust hast können wir das ja morgen dann weiter ja müssen wir mal gucken ich sag ja wenn du dann Lust hast aber das seht das seht ihr morgen und das sehen wir jetzt genau gut gut mein lieber ja, dann ja, wie mach ich das jetzt so ja, tschüss sagen ja, okay ja, erst mal tschüss an meinen Chat ne? weil ihr kommt jetzt zu ihm und ich bin dann jetzt weg und Uwe, dir viel Spaß und ja ja genau es geht dann weiter wenn es weiter geht ja, ja irgendwie so genau so okay gut gut, Jan dann wir hören und lesen ja, mach mal machs gut lieber tschüss jo tschüss tschüss so und wie gesagt ihr kommt jetzt zu dem Onkel ähm ja gut knapp schmerzhaft und so weiter äh vielleicht geht's morgen dann noch weiter mit ne hier no wanna ähm müssen wir mal gucken gut dann schmeiß ich euch mal das hier rein und dann tschüss tschüss g